einen wunderschönen guten tag jetzt bekommen in der neuen folge von never es geht wieder mal nach unten oh jesus wir fallen die ganze zeit immer nur runter und nehmen kein also guck mal sagt die überlebt deshalb auch mal so die hat die leben noch aber die sind verdorben ja oh jesus okay sehr gut ach so super never ach du heiliger okay sehr gut never du bist dran ist zu weit weg wunderbar jetzt schlage ich wieder jetzt kommt der zweite perfekte ane der ist schon erledigt okay nein ist er nicht was scheiße das blöde ist direkt in der mitte bin na na okay never sehr gut wunderbare sache ja scheiße ja bei den ersten habe ich oder nee noch nicht oder doch doch habe ich sehr gut ach du heiliger never aber Herbst Teil 2 abgeschlossen. Okay. Weg ist er. Na, klasse. Höh? Okay. Okay, da geht es nicht runter. Hier? Auch nicht. Okay. Oh. Ja, und jetzt? Na klar, wir landen genau dort. Und jetzt? Runterspringen? Ja. Oh, Jesus. Okay, dann gehen wir mal runter hier. Aha. Wir sind jetzt im Reich der Verderbnis. Ja, ist nicht schön hier. Da unten, äh. Aha. Ja. 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 Von der Seite kommen sie nicht. Das ist immerhin etwas. Junge, Junge, Junge. Wo bin ich denn hier gelandet? In was für einer Hölle bin ich denn hier gelandet? Perfekt. Wenigstens konnte ich mich direkt heilen. Ja, gut. Wäre ich jetzt im zweiten Ding jetzt da nicht... Never. Nicht ausgewichen. Was machst du denn hier unten? Wir sind wieder vereint. Okay. Ah, shit. Ja, und ich? Höh! Okay. Oh, jetzt wird's... Okay, jetzt wird sie ja noch ein bisschen abgespaced, hm? Jetzt wird sie aber ein bisschen abgespaced, hm? Okay. Und das Zeug sogar kaputt machen, okay? Scheiße. Hm, was passiert so? Aha. Oh. Okay, warte mal. Sehr gut. Okay, kommt nix runter. Ich wollte nur gucken, ob da nicht wieder was runterfliegt. Wunderbar. Müssen wir wohl nach unten gehen, hm? Hey, 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 hey. Komm, Never. Mach auch mal was. Ach, shit. Sehr gut. Wenn ich auch draufhauen kann, kann ich. Shit. Nein, ich wollte ausweichen, aber ich habe R2 gedrückt. Ich Idiot. Na, okay. Komm mal runter. Okay. Na, komm. Ich mache den jetzt so. Er ist fertig. Sehr schön. Noch nicht. Never. Mach du mal was. Okay. 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 Ja, da hast du ihn. Sehr gut. Mach ihn kalt. Nee, nee, nee. Ah, shit. Scheiße. Komm schon. Explodiert er auch? Oh, ja. Aber er hat kein Damage genommen. Nee, nee. Ist die Mama von Never? Alter. Das sieht sehr eindrücklich aus. Obwohl es sozusagen eine Pixelgrafik ist. Guck mal, mir wird sogar der Weg gezeigt von Never. Ja. Ja. Not done. Oder nee, warte mal. Hä? Nein, shit. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ah, ich kann hier rüberspringen. Lol. Ach so. Ja, gut. Es sieht halt so aus wie eine Wand, wo du... Ich tue... Ah, da kommst du tatsächlich nicht durch. Aber hier schon. Ah. Warte mal. Oh, hä? Aha. Aber was mache ich damit? Keine Ahnung. Hm. Dann gehen wir runter. Es sieht so aus wie die Never aufschließen und so gehen. Irgendwie. Hm. Wir gehen mal hier durch. Okay. Aha. Wir gehen mal jetzt. Aha. Ja, 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 ja. Nicht getroffen, mein Kleiner. Nicht getroffen. Muss ich irgendwie da hochgehen, hm? Oder nicht. Noch mal nach unten. Aha. Gut, das ist, äh... Entschuldigung, da klingt... Hört ihr noch was von FIFA? Hoppala. Ah, das vergessen auszuschalten. Ja, scheiße. Nein. Ja, okay. Nicht so gut, aber okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das doch hin. Fuck. Ja, fuck, ey. Komm schon. Ja. Ey. Explodiert. Okay. Gut, das war knapp. Okay. Puh. Ein Checkpoint. Sehr gut. Den nutze ich doch auch gleich, um den heutigen Part zu wenden. Na, ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.